Wieder einmal heißt es, sechsmal staunen, genießen und bewundern. Wir haben die schönsten Handballtreffer aus dem März für euch und ihr entscheidet, welcher den größten Wow-Faktor hat. Stimmt ab und wählt euren Favoriten für das DKB-Tor des Monats. Mit Vollgas in Richtung Tor und dann so viel Gefühl. Timo Kastening lässt sich beim Gegenstoßen nicht von Nikola Billig aufhalten und auch Andreas Wolf im Tor ist chancenlos. Der sehenswerte Dreher zum Abschluss. Vorschlag 1. Entweder ein richtig cooler Trick oder einfach nur ein glücklicher Zufall. Egal, Stefanie Lobedank mit einem wirklich seltenen Exemplar von Torwurf. Aber drin ist drin und nominiert zum DKB-Tor des Monats. Noch knapp anderthalb Minuten zu spielen, ein Tor im Rückstand und dann packen Andi Schmid und Alexander Pettersson so ein Ding aus. Zuckerpass des Löwenkapitäns auf den Isländer und Pettersson macht kurzen Prozess. Der Camper zu Tor 3. Ein Buzzerbieter der besonderen Art kommt von Tomasz Pavlicek. Er schaltet am schnellsten und knallt den Freiwurf einfach direkt mit der Sirene in die Maschen. Der Siegtreffer für Dessau-Roslau geht mit der 4 ins Rennen. Nicht nur schön, sondern auch richtig wichtig ist Tor 5. Im Lauf nagelt Yves Kunkel den Ball von der Seitenauslinie in den Winkel. Und das in allerletzter Sekunde. Ein Hammer zum Punktgewinn im Abstiegskampf für Balinge. Unser letzter Treffer, ein Mix aus Kunststück und Effektivität. Perfekt umgesetzt von Marcel Görden. Der Krefelder tankt sich durch und vollendet im Sprung No Look hinter dem Rücken.